Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Titled Goose Game. Es ist ein Tag ausgefallen, weil ich furchtbare Kopfschmerzen hatte. Ich wäre sonst so aktuell gewesen, ey. Ich hätte ein paar Stunden vorm Hochladen die Folge noch aufgenommen. Aber jetzt können wir weiterspielen. Und die Kamera sollte jetzt etwas farbenfrohr sein. Das Problem ist, ich hatte von der Horroraufnahme noch einen Filter drin. Und der Monitor hier auf der Seite, der ist sowieso ein bisschen farbloser. Ja, ich sollte mir vielleicht mal eine Kalibrierungsspinne kaufen. Hatte ich damals tatsächlich in meinem Haus. Und deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt nicht zu knallig für euch ist. Ich weiß, wie immer, von nix. Warte mal, die Maus sollte mal weg, ne? Ich weiß, wie immer, von nix. Ich trinke noch ein Schlückchen. Ja, püpp. Und ich hoffe, wir kommen da jetzt gut durch. Aber ich freue mich. Ich gucke mal ganz kurz. So, 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 so. So, so, so. Okay. Warte mal. So, okay. Ich bin überhaupt gar nicht da. Ich nehme mal ein Schlückchen. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Okay, jetzt kann ich weiter. Fuck. Fuck. Okay, wir gucken ja so ein bisschen näher, ne? Das ist ja für mich jetzt komplett neu, das Gebiet wieder. Freut mich übrigens, dass es so gut bei euch ankommt. So. Jetzt aber hier genug sentimental und so. Was ist das hier? Oh. Warte. Wir gehen ja nochmal. So. Ah, mit O. Also mit, äh, nicht mit O, mit B. Also, ja, ihr wisst schon was. Entschuldigung. Ich, ähm. Ja, ich bin jemand, der hat die Kreistaste bei, äh, also hier ist der Xbox-Drücker. Äh, der die Kreistaste damals bei der Preistation über O genannt hat. Lass mich in Ruhe. Da ist auch eine X. Also, wieso sollte es keine O sein? Okay, jetzt haben wir hier. Aha. Ach so, das ist immer noch das hier. Ich komme wieder rein. Alles gut. Ja, hier ist also ein Angelding. Hier ist ein Koffer. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja die, äh, die Liste, ne? Die, die habe ich. Die ist hier. Hier ist die. Ja. Ja. Hier ist die Liste. Die Liste ist hier. Ich habe die Liste natürlich. Also, ich habe die natürlich, habe ich die Liste. Wie ist das nochmal mit der Steuerung? Warte kurz. Einen Moment. Ich, ich habe es gleich. Ich wollte euch schon immer mal das Menü zeigen. So sieht das aus, ne? Und dann gehen wir auf Steuerung anpassen, ne? Hä? Wo ist die Liste? Liste. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay. Aufgaben. Geh in die Bar. Zerbricht die Dartscheibe. Hol das Spielzeugboot. Sorge dafür, dass der alte Mann auf sein Hintern fällt. Lass dich mit einer Blume auszeichnen. Klau ein Glas und wirf es in den Kanal. Okay. Decke den Tisch. Messer, Gabel, Teller, Pfeffer, Kerze. Okay. Kann ich mir alles nicht merken. Wir gucken uns erstmal, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Watschel, watschel. Ey, Leute, ich muss euch, ich muss was zugeben, okay? Und ich habe das. Habe ich das im Stream gesagt? Ne, ich habe das beim, ah, beim Bethesda-Stream oder was. Ähm. Leute. Ich wusste, ich habe, ich habe für Summen, äh, Fotos von, also ich weiß, wie eine Gans aussieht. Ja? Und ich habe da Fotos von der, von der Gans halt, äh, geguckt. So ein bisschen, ne, für Summen und so. Und, äh, ich wusste nicht, dass eine Gans auf ihrer Zunge Zähne hat. Und ich fand dieses Bild, wie sie den Mund aufreißt, sehr bedrohlich und sehr ekelhaft. Du bist echt ekelhaft, Gans. Ganz furchtbar. Oh. Ich lage die gleich ein. Gucke jetzt mal nochmal ein bisschen. Kack, kack. Kack, kack. Okay, interessant. Wir müssen also jetzt erstmal in den Garten. Das ist also ein, ein, ein Pärchen. Und ich muss jetzt gucken, dass der Mann hier abhaut. Ich bin erpört. Erpört. Okay. Gehen wir hin. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ja schön. Da kann ich doch bestimmt, äh, nicht rein. Ah. Hier bleibe ich drin. Tschüss. Komm, wir verstecken uns. Okay. Oh, warte mal. Nein, kann ich das nicht irgendwie festhalten? Okay, warte, 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 warte. Kann ich den irgendwie schieben? Das ist ja voll gut. Oder muss ich den vielleicht... Mist, ich muss den umdrehen. Oh, so. Oh. Huch. Den haben Sie wohl vergessen, diesen Karton. Junge Dame. Könnten Sie den bitte... Dankeschön. Ja, ich... Also, ich will... Ja, das... Okay. Tja, wir sind drüben. Geh in die Bar. In die Bar. Ach, da oben. Sehe ich jetzt erst. Ich bin... Ey, wir sind ein bisschen schwer. Wir sind ein bisschen schwer. Da müssen wir aufpassen, die Leute wollen uns bestimmt töten. Und essen. Ja, ganz schön weit, ne? Überraschung! Ha! Empört! So. Aha. Ah, ich sehe dieses Schild. Und ich finde es jetzt schon nicht gut. Auch das empört mich. Uh. Okay. Hier können wir also da rein wieder. Ja. Rennen konnten wir... Ach doch, rennen konnten wir auch. Stimmt. Ja, ich habe jetzt doch wieder ein bisschen länger nicht gespielt. So, erstmal natürlich wie immer Auskunftschatten. Gucken, was wir machen können. Stimmt, bist du aber ruhig. Ich kann nichts dafür. Ich müsste da immer drauf drücken. Okay, diesmal war ein doch größeres... Ah, ja. Was ist das? Ich drücke da mal drauf. Ja, ich stehe hier hin. Okay. Wir gucken uns aber die Aufgabenliste an. Also, zerbrich die Dartscheibe, hol das Spielzeugboot. Sorge dafür, dass der alte Mann auf seinen Hintern fällt. Lass dich mit einer Blume auszeichnen. Klau ein Glas und wirf es in den Kanal. Okay. Und decke natürlich den Tisch. Das sind wieder die Sachen, die... Dafür brauchen wir auf jeden Fall schon mal einen Teller. Hier haben wir einen Teller. War ja ein Teller, ne? Ja, war ein Teller. No. Ne, ne, ne. Die meinen doch den Tisch, ne? Oder? Oder? Ja, die meinen den Tisch. Guten Tag. Ich bin die Gans. Hoppala. Geht da hoch. Los. Hoch, hoch, hoch. Oh, ein Glas. Was für ein Zufall. Oh, da ist da noch jemand. Okay. Und eine Gabel ist da auch. Cool. Kann ich das vielleicht irgendwie... Schade. Ich dachte, ich könnte es vielleicht über die Mauer werfen. Das wäre natürlich perfekt gewesen. Scheiße. Die Gabel habe ich auch gesehen. Ich mache zuerst mal dieses mit den Tischdecken da. Das ist vielleicht... Scheiße. Ich komme hier nicht. Warte mal. Ja. Hey. Reppert! Okay. Mal hier. Hey. 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 Nein. Ups. Ach, ist doch gar kein Glas. Oh, warte mal. Klau ein Glas und wirf es in den Kanal. Das war's. Hey, ich bin ja ein bisschen müde, aber da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. Okay, das ist ja sogar noch besser. Ich hol mal lieber die Gabel, ne? Ich hol mal lieber die Gabel. Oh Gott. Okay, ich sollte mehr Sneak... Ist doch schon krass mit drei Personen hier. Ich werde alle Aufgaben erfüllen. Ja, total. Ich sehe, wo du die Gabel hintust. Oh Gott, das sind ja noch mehr Leute. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich kann das hier nicht runterwerfen, oder? Ich habe die Gabel nicht gesehen. Dann halt so. Nein, die Gabel ist nicht weg. Die ist nicht weg. Ist... Äh, äh. Oh, wo ist die Gabel? Habt ihr doch gerade irgendwo... Da hinten liegt ein Messer. Das kannst du nehmen. Jo, hinlegen. Gut. Pfeffer, Kerze. Pfeffer habe ich aber auch noch umgesehen. Pfeffer, Kerze, Messer auch. Achso. Toll, hätte ich direkt mir da unten bringen können. Pfeffer, aber Kerze. Pfeffer, mal da stehen. Das sind immer die schwierigsten Sachen, finde ich, mit den... Oh, da unten drunter können wir... Oh, naja, der ist aber schön. Pfeffer, Kerze. Ah, da hab ich was gesehen. Ja! Da, 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 da. Das ist mein Versteck hier. Meine Sachen. Ich werde sie töten. Ja, töten lässt sich. Ich muss immer lieber wieder gehen. Ich bin hier nicht um. Okay. Kann ich bitte nicht? Kann ich bitte? So. Ja, die Kerze, ne? Mal gucken, wo die Kerze gleich ist. Ich gucke mal ganz kurz. War hier noch irgendwas so kerzenmäßiges? Nein. Okay. Dann lucken wir mal. Wir können ja auch noch ein... Da, wo die Gäste sitzen und so. Da können wir das Wasser anmachen. Aschenbecher haben wir noch. Und da ist die Dartscheibe. Da ist eine Blume. Ne, ich sehe hier keine Kerze. Äh, die kriegen wir aber gleich. Wie her? Sie haben alles den Hund? Oh, okay. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, du Lady. Dann bin ich euch wohl gesonnen. Ich baue nur eine Kerze. Haben wir irgendwas noch mit der Blume zu machen können? Wah! Die Kerze. Die Kerze. Da oben sehe ich sie. Da oben sehe ich die Kerze. Ich hole mir diese Kerze. Hier hole ich mir die. Dann gehe ich hier runter. Ich weiß, die Musik zeigt mir immer, wenn irgendwie Gefahr... Gefahr lauert rein. Äh. Hä? Guck mal, wir warten nicht weiter. Oh oh. Huch, ich hänge ein bisschen. Hä? Nein, ich hänge. Warum hänge ich so? Ach, komm. Ich bin... Ich hänge ein bisschen, aber da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. Ich muss den Außenweg nehmen. Ich muss hier raus. Boah. Ah, wegen der Kerze. Da kommt ja niemals durch. Juhu. Yay. Sorge dafür, dass der alte Mann auf seinen Hintern fliegt. Boah. Klau das Glas. Und wir machen das mal mit dem Glas erstmal. So, ein Glas haben wir ja hier oben. Und wir werfen es in den Kanal gleich. So. Ein wunderschönes Glas haben Sie hier. Ich borge mir das einmal ganz kurz. Vielen Dank. Ich werde jetzt einfach hier... Ich mache das nicht mehr so Stealth-mäßig. Ich mache einfach so, äh... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich brauche dich nicht. Ich komme auch irgendwie anders rein. Ah, ich war mit der Frau zusammen. So, na, okay. Natürlich kriegen wir auch das wieder hin. Machen wir einfach den gleichen Trick nochmal. So, direkt vor deiner Nase natürlich. Und hier rein. Okay, damit habe ich mich jetzt verraten. Und ich wollte es auch mal wissen, was da passiert ist. Ah. Ja, willst du wohl ein bisschen warten, ne? Nee. Ach, ich liebe das Spiel. Das ist echt toll. Oh, was ist das denn? Da habe ich einfach wieder ein paar Kinder liegen lassen. Ich werde es einfach reintragen. Oh, das ist aber schwer. Willst du damit sagen, dass ich fett bin? Du olle Pute. Ich hasse Pugen. Gänse sind viel cooler. Okay, das dauert jetzt erst mal wieder ein Weilchen. Kann ich das nicht irgendwie abkürzen? So zum Beispiel. Ups. Ja, ähm. Ich wollte mal gucken, ob das... Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da rausspringen kann. Okay. Dann geht es weiter. Ja. Ja, da geht es erst mal nicht weiter. Ihr habt ein ganz... Ein ganz großes Problem, Leute. Ein ganz großes Problem habt ihr. So, wie ich es mir vorgenommen habe. So, weil die Gläser werden aber jetzt ein bisschen rar, ne? Wow. Oh. Entschuldigung. Komm, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Da vorne die Stocken kann ich rausmachen. Ah, da sind wir ja weg. Entschuldigung. Ich will halt alles da oben machen, weil ich kann da oben so viel machen. Aber ich muss das ja mit den Aufgaben verbinden. Ja, das ist hier nicht durchgehalten. Warte, kann ich denn hier? Cool. Ich weiß nicht, was diese Frau hat. Ich glaube, sie ist verrückt. Bitte weist sie ein. Ah, wie gerne würde ich jetzt quaken, aber ich darf nicht. Oh, wie gerne würde ich das jetzt machen. Da ist das Auto. Oh, warte. Nein. Okay, ich verstehe, wie ich das Auto kriege. Oh, das ist mir zu gefährlich jetzt. Das Glas kann ich nicht da runterfallen lassen. So, ich nehme mal den Weg hier. Die mögen mich ja. Aber wie komme ich an den Typen da vorbei? Den muss ich ja irgendwie ablenken. Nur wie? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich die ablenken kann. Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Eine ganz popelige Idee tatsächlich. So, ist das nicht möglich? Man kann das nicht mehr sehen. Ich habe vorhin schon gedacht, dass du nicht mehr an die Tiere Das ist natürlich nicht. Ich kann mich an die Küche bringen. Ich weiß nicht. Ich kann mich zu dir nicht mehr zeigen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Das macht mich nicht immer wieder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mist. Oh, nein! Warte, okay, kann ich das vorsichtig ablegen? Vorsichtig. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt aber... Boah, ich dachte jetzt schon, ey. Oh, Gott. Juhu! Hurra! Jetzt weiß ich, wo ich... Warte mal, das Spielzeug, äh... Hol dir das Spielzeugboot. Machen wir sofort. Oh, stimmt, der Typ. Der Typ ist gar nicht da. Ach so, der sucht immer noch. Ja, sollen wir machen. Ich bin immer sehr stolz, wenn ich mal schaue. Aha, und er bemerkt, dass das ein Glas fehlt, ne? Ja, mhm, alles klar. Äh, Typ, könntest du vielleicht mal einfach mal abhauen, weil das echt nicht geil ist, weil ich muss da nämlich hin. Ich muss da vorne hin. Okay, er geht jetzt, glaube ich. Ich denke mal nicht, dass er so unnimmert ist. Ich glaube, er geht, ne? Wie sie versucht, einen Rhypser zu unterdrücken. Tja, da bildet sich wohl jemand etwas ein. Ich glaube, es wird Zeit für deine Medikamente. Alte Frau! Entschuldigung, könnten Sie jetzt mal gehen. Echt super. Dankeschön. Oder mal Zeit. Dauert ein bisschen, aber kriegen wir hin. Nein, nein. Ah, Belästigung! Belästigung! Ja, belästigt, belästigt. Au! Sie hat mich geschlagen, ihr da... Alle haben es gesehen, alle haben es gesehen, alle haben es gesehen! Nein, 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 ich will nicht, ich will, ich will da hoch... Ah, hallo, guten Tag. Na, wie geht's dir? Boah, die beiden haben Bauchklatscher gemacht.